AERA 300 Wandhalterungsmontageanleitung Zuerst schauen wir, was in der Box ist. Zwei Wandschrauben, zwei Schraubenkappen, zwei Dübel, eine Antivibrationsmatte, zwei Befestigungsschrauben für die Lautsprecher, einen Inbusschlüssel und eine Wandhalterung. Hier sind die Werkzeuge, die für diese Arbeit benötigt werden. Lassen Sie mich jetzt erklären, wie man auf verschiedenen Wandtypen markiert und bohrt. Beginne mit der Wasserwaage, um die Ausrichtung der Wandhalterung zu überprüfen und markiere dann die Schraubenlöcher als Vorbereitung für das Bohren. So bohren Sie in eine Trockenbauwand. Verwende einen 8 mm Trockenbaubohrer mit einer durch ein Band markierten Tiefe von 35 mm. Bohren Sie dann die Löcher und stoppen sie an der markierten Tiefe. Nach dem Bohren die Dübel einsetzen, um die Wandschrauben zu halten. Kommen wir nun zum Bohren in eine Holzständerplatte. Verwenden Sie einen 4 mm Holzbohrer mit einer Bohrtiefe von 45 mm, die durch ein Klebeband markiert ist. Beginnen Sie mit dem Bohren der Löcher und stoppen Sie an der markierten Tiefe. Dafür werden keine Dübel benötigt, da die Holzständer als Unterstützung für die Wandschrauben dienen. Zuletzt, so bohrt man in eine Betonwand. Hierfür verwenden wir einen 8 mm Bohrhammer für Mauerwerk mit einer Tiefe von 35 mm. Bohren Sie die Wand bis zur markierten Tiefe. Und wie bei der Trockenbauwand, müssen wir die Dübel einsetzen, um die Wandschrauben zu stützen. Gehen wir nun dazu über, den Lautsprecher in aufrechter Position an der Wandhalterung zu befestigen. Zuerst das Stromkabel in Position bringen. Dann die Wandhalterung mit den beiliegenden Schrauben anbringen. Als nächstes bedecke die Schrauben mit den mitgelieferten Kappen und platziere dann das Antivibrationspad auf der Wandhalterung. Als nächstes verbinden Sie den Lautsprecher mit dem Stromkabel. Dann auf die Lautsprecherhalterung setzen. Zum Schluss den Lautsprecher mit der beigefügten Schraube fixieren. Du kannst die Wandhalterung auch umgekehrt anbringen. So geht's. Die Wandhalterung zuerst verkehrt herum mit den beigefügten Schrauben befestigen. Decken Sie dann die Schrauben mit den mitgelieferten Schraubkappen ab. Schließen Sie als nächstes den Lautsprecher an das Stromkabel an. Platzieren Sie ihn dann kopfüber auf die Wandhalterung. Danach den Lautsprecher mit der mitgelieferten Schraube fixieren und fertig.